Erfolgreich, inspirierend, lehrreich, authentisch und spaßig. Genau da ist hier die Magie. Positivität, aufwachen und Gas geben. Du bist nicht allein. Wenn du hierher kommst, findest du Menschen, wie du sind. Du findest dir zwar auch fachlichen Input, du findest dir auch unternehmerischen Input. Und dass du da eine Community hast, auf die du immer zurückgreifen kannst, und das ist ein verdammt guter Grund, hier dabei zu sein. Und diese Abkürzung ist unbezahlbar. Das heißt, es können einzelne Sätze sein, es können einzelne Hacks sein, es können auch einzelne Kontakte sein, wo du Jahre sparen kannst an Zeit oder hohe Beträge. Sparen kannst auch monetär in deinem Businessmodell oder in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Du bekommst auf einmal ganz viel Inspiration von außen, die du natürlich erstmal verarbeiten musst. Aber nur kleine Impulse können ganz große Dinge bewegen. Und deswegen liebe ich das Thema Mastermind. Der Unterschied zu anderen Masterminds ist wirklich der ehrliche und offene Austausch untereinander. Dass auch größere Unternehmer auf dem Nähkästchen plaudern. Dass ich mit Unternehmern in Kontakt komme, die auf ganz anderen Umsatzleveln sind, auf die wir gerne selber noch kommen möchten. Und wirklich die Grundmotivation von allen ist eben, dass es richtig cool wäre, dass man sich gegenseitig hilft. Und ich finde so ein Feeling hast du nur auf einer Mastermind. Ich bin bei der Mastermind dabei, weil ich Erik und Nick vertraue, dass sie immer eine geile Truppe zusammenstellen von Unternehmern, Agenturinhabern, die richtig guten Content liefern, die sich austauschen auf Augenhöhe und ihre besten Hacks teilen für mehr Geschäftswachstum. Dass sie sich trauen, Gas zu geben und nach vorne zu gehen, weil das auf Dauer auch für nachhaltigen Erfolg sorgen wird. Sei schlau, geh auf eine Mastermind und am besten hier zum Weeble Spreads.